Keus.de informiert über das Entschäumungsmittel Antiform von Antileps. Antiform beseitigt den Schaum in Gartenteichen, der durch eine übermäßige Proteinansammlung im Wasser verursacht wird. Es löst den Schaum, so dass Kohlendioxid aus dem Wasser entweichen kann, und trägt so dazu bei, den korrekten pH-Wert aufrecht zu erhalten. Ungiftig für alle Teichlebewesen. Das Mittel zuerst in einen Eimer oder eine Gießkanne geben, mischen und dann über die Teichoberfläche verteilen. Antiform ist schnell wirkend 500 ml sind für ca. 9000 Liter Teichwasser ausreichend. Sie sahen eine Produktinformation von keus.de. Alles für Ihren Teich.